Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ja, heute habe ich das Intro mal selber gemacht. Und ja, die Verlosung ist vorbei. Und die drei glücklichen Gewinner sind bereits bekannt. Hier auf meinem kleinen schlauen Zettelchen. Und ich gucke mich schon wieder selber auf dem Bildschirm an, weil ich eine neue Frisur habe, weil ich beim Friseur war und mir die erste Friseurin, weil man Friseur frei hatte, die Haare irgendwie verschnitten hat, war ich heute nochmal bei ihm und habe mir die Haare nochmal schneiden lassen. Und jetzt musste das leider so kurz. Schaut euch das mal an. Ist das nicht toll? Obwohl, naja, geht so. Schön sommerlich. Wenn ich dann nächste Woche zur Reha gehe, dann ist alles schön. Also dann habe ich kurze Haare und auch zum Thema Reha wird es nochmal ein Video geben, weil viele gefragt haben, warum, was ist denn los? Und das soll jetzt nicht das Thema sein. Ihr seid gespannt, ihr seid aufgeregt. Und an alle, die jetzt nicht gewinnen, nicht traurig sein. Ich habe bereits neue Kooperationen am Start, also schon in Vorbereitung. Da kommen noch ein paar schöne Verlosungen auf euch zu, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und dafür sind Kooperationen sehr, sehr praktisch. Ich kann Dinge verlosen, die ich mir selber auch kaufen würde. Und das, was mir gefällt, kann ich viel, viel besser empfehlen, als etwas, was mir nicht gefallen würde. Und deswegen dauert das manchmal eben so ein bisschen. Muss man ja alles auch ein bisschen sich erarbeiten. Ja, Nummer 1. Die Trommelwirbel. Jetzt müsst ihr alle einmal Trommelwirbel machen. Und die anderen stellen sich dann bitte vor, wie das jetzt immer so... Ja gut, hört sich an wie ein kranker Trecker, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, der erste Gewinner ist The Bryans. Uh, hier. Das muss ich jetzt mal... So geschrieben. The Bryans. Dann haben wir Gewinner Nummer 2. Uh, wie passend. Princess 44... Äh, 301. Hahaha. Fail. Oh, herrlich. Und Nummer 3 ist... Gagas Artist. Artist, ja. Gagas Artist. Ihr drei, herzlichen Glückwunsch. Bitte schreibt mich doch an, damit ich euch einen Gutscheincode zukommen lassen können. Damit ich euch einen Gutscheincode zukommen kann, dann bittt ihr euch doch selber bestellen, ihr habt dann versammelsten Interessein zum Modellenspielen, ne? Ja, also wie gesagt, ähm, das war's soweit zu meiner Auflösung... Auflösung? Das war's soweit zu meiner Auflösung für dieses tolle Gewinnspiel. Und ähm... Ich glaube, ich höre jetzt lieber auf, ansonsten haben wir gleich ganz Deutschland durch. Dankeschön für's Einschalten. Ich hoffe, euch hat diese Verlosung Spaß gemacht. Und wenn ihr weiterhin solche Verlosungen mit so personell... Ihr wisst, was ich meine. Also, wo man Sachen selber gestalten kann, äh, gut finden würdet, dann lasst es mich einfach wissen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Euer Wohnprinz Bastian. Ach ja, und heute Abend ist BlogTV 19 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020